Hallo meine Freunde, der Sonne... Och, Rauch, verschwinde. Sorry, ich habe Heucherkerzen an. Ja, heute gucken wir uns Pokémon Spaß die Folge 1 an, die Reise beginnt. Ich wurde öfters darauf hingewiesen, dass ich darauf reagieren soll. Ich hatte das die ganze Zeit im Fokus und nochmal an die Leute, die auf eine Reaction warten. Ich finde das total schön, dass ihr öfters mal drauf hinweist. Das ist total schön, aber bitte nicht unter einem Video 50, 60, 70 mal. Und das meine ich jetzt noch nicht mal zum Spaß. Oder besser gesagt, insgesamt auf zwei Videos so oft. Es reicht, wenn ihr das einmal so nochmal hinschreibt. Kann ja sein, dass ich das irgendwie überlesen habe oder sowas. Meistens schreibe ich mir das direkt auf und ich gehe meine Reaction-Vorschläge einfach chronologisch nach. Und wenn, äh, ja, wenn ich vorher noch drei, vier andere habe, dann kommt das halt erst. Den und den Tag, ne? Nochmal so ganz nebenbei. Fühle ich angesprochen. Aber warte mal, hier kann ich Qualität... Sieh mal 20, okay. Aufgepasst, Welt! Ey, was ist denn momentan mit mir los? Das ist mir gestern bei der Aino-Reaction auch schon passiert. Ich reiß mir immer wieder... Halt, die Seite. Ich reiß mir immer wieder, äh, Dings raus. Die Kopfhörer raus. Der Tag, an dem ich ein Pokémon-Trainer werde. Was? Auf keinen Fall, Spasti! Aber Dad, es ist mein Schicksal! Nein, dein Schicksal ist es, zur Uni zu gehen und einen richtigen Job zu finden, junger Mann. Deine Mutter und ich haben uns nicht den Arsch aufgerissen, damit du eine Art professioneller Tierbesitzer wirst. Ich hab so, ich hab so bei manchen Leuten so das Gefühl, ähm, die sehen das irgendwie als Schicksal. Das ist ja kein Witz. Ich guck mal ganz gerne so kleinere YouTuber an und bei denen seh ich das irgendwie so als Schicksal. Ja, hm, ich muss jetzt YouTuber werden und scheiß drauf, scheiß auf meine Ausbildung, scheiß auf meine Schule. Wo ich dann immer so denke, hm, man sollte vielleicht die Ausbildung zu Ende machen und die Schule zu Ende machen. Und danach, also nebenbei kann man ja immer noch YouTube machen, ne? Die Mutter von Rot erlaubt aber sowas. Wer ist Rot? Oh, er ist ein übergeiler Trainer aus Alabastia. Ich folge ihm auf Twitter. Ständig redest du von diesem Alabastia. Was ist mit Spacken statt? Wir sind nicht mal auf der Karte, Dad. Ich bin zehn Jahre alt, ich bin erwachsen und ich kann hingehen, wo auch immer ich will. Zehn Jahre alt, ich bin erwachsen. Ja, das stimmt. Aber solange du unter meinem Dach lebst, Freundchen, bleibst du hier und hilfst uns mit dem Feinkostladen. So, du lieferst jetzt dieses Hühnersandwich zum Professor und dann ab in die Schule. Einfach nur die Straße runter und dann... Ich weiß, Mom, es ist das einzige andere Haus in der Stadt. Oh, hey, Spasti, ist das mein Essen? Professor Baum, Sie kennen sich doch mit Pokémon aus, oder? Ich wirklich, man bekommt aber eine Menge Fördergelder, wenn man so tut. Ich kriege einen monatlichen Gehaltscheck als Vorauszahlung. Alles, was ich tun muss, ist ab und zu ein paar Taubsis zählen. So kann ich den Rest meiner Zeit Weed anbauen. Hätte ich nicht sagen sollen, ich bin ziemlich high. Also brauchen Sie jemanden, der loszieht und Pokémon für Sie untersucht. Äh, ja. Geil, Mann. Ich mach es. Meine Reise beginnt. Ich wähle dieses Kokoon als mein erstes Pokémon. Wow. Du kennst dich aus. Du kennst dich aus. Ich dachte zuerst, das wäre irgendwie so, ähm, da hätte jemand, äh, ne? Warte, warte, wo hier liegt das noch? Eigentlich, ich bin ja auch nicht unbedingt so, äh, der Pokémon-Kenner, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich dachte zuerst, da hätte jemand irgendwie, äh, in den Brief reingekackert. Oder, das könnte auch hier so eine Zuckertüle sein, ne? Vielleicht hat da jemand gerade Schuleinführung. Meine Reise beginnt. Wie ist denn das eigentlich gerade momentan mit Schuleinführungen? Sind die auch digital? Würde mich mal echt interessieren, so. Man trifft sich dann so, weißt du, im Internet so und, ähm, jeder hat so eine Zuckertüle in der Hand. Und, ähm, dann gibt es so eine Konferenz und, ja, total schön, dass ihr jetzt bei uns auf der Schule seid. Macht euren PC im Morgen ab 6 Uhr früh an, dann beginnt der Unterricht. Ich wähle dieses Cocoon als mein erstes Pokémon. Wow, du kennst dich ja aus. Ich dachte, das wäre ein Briefbeschwerer. Du und ich, Cocooner, wir schnappen sie alle. Bis dann, Professor. Sagen Sie meinen Eltern, ich bin tot. Spasti, warte. Du hast noch mein Sandwich. Wow, zwei Topsis. Ein neuer Rekord. Okay, nicht schlecht. Ah, geil. Ähm, ja, war die erste Folge, muss ich ganz ehrlich sagen, war sehr, sehr, sehr unterhaltsam. Ähm, gibt es natürlich noch mehr Folgen, wenn ihr wollt, dass ich darauf reagiere. Reicht das, wenn ihr vielleicht ein, zweimal das schreibt? Ähm, ja, könnt ihr ja mal für euch entscheiden, ob ich da drauf weiter reagieren soll. Ne? Und damit sehen wir uns einfach in der nächsten Folge. Bis dahin, haut rein und tschüss. Bis dahin, haut rein und tschüss.